Musik Mal schauen Ah ja, Patent, yay Ich hatte schon eine Ahnung, also sowas nicht Dann können wir das eigentlich auch wieder tauschen, weil So können wir das Wasser ja eben kurz Einfließen und wieder ausfließen lassen Jetzt haben wir natürlich wieder Dingens nicht mit Hier versteht Ne, den brauchen wir wegen dem Dingens Aber Die beiden nicht Jetzt habe ich ein bisschen zu viel abgebaut Aber Das macht gar nichts So Ich habe nur das Baugeräusch gehört, aber ich habe nichts eingesetzt Komisch So, so Kennt man ja, wenn man nach dem Duschen überspendet, man erstmal ganze Badezimmer Und dann Naja, jetzt sieht das ein bisschen klebrig aus, aber Auch die Sticky Pisten Also Vorderteile können sich noch ändern Eine normale Holzwand, dann sieht das gar nicht Dann sieht man das gar nicht Das sieht doch bestimmt auch stylisch aus Wie kommen wir jetzt bloß wieder raus? Ach, wir gehen gar nicht rein Sagen wir so, wir gehen gar nicht rein Nur damit wir es können Weißt du Wir können natürlich das auch so connecten Dass da drüber Wasser kommt Und im gleichen Moment Wenn wir diesen Hebel umlegen Wird das Ding entwertet Sodass da dann Wasser angemacht wird Weißt du, machen wir die Tür auf Dann Dann geht das Wasser aus Und wenn wir die Tür dann wieder zumachen Dann geht das Wasser wieder an Eigentlich müsste das genauso gehen Moment Haben wir den Wasser einmal mit? Ja So, kleine Badezimmerspieler rein So Und Das war zu viel Oh nein, Licht Wir sind der Untergrund Menschen Wir dürfen nicht Windlicht spielen So Das müsste natürlich dann wie ein Sticky Piston sein Ach nee, 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 nee Das müsste ein Sticky Piston sein Mit Glasmontur Wir könnten Holzmontur machen Aber wir haben ja schon Schlau Erstmal Wasser lang Glas So Dann kommt hier ein Piston ran Der dieses Glas dann mit Ich hoffe auch im selben Moment Ich muss mal gucken, ob ich es hinkriege Ähm Ach Mist, das wird das Soll Mann Ja, ja, Hebel ab Alles ab Ähm Da muss der hin Da muss der hin Wir haben natürlich nur extra zwei mitgenommen Aber wir dachten, wir brauchen nur zwei Ah Flimm Da War der drin Genau So Wo? Hä? Da Ach Mist Ey, komm hoch So Passt doch Das ist mir nur noch Warte mal Ich glaub, dass das Ne Das geht nicht Warum geht das nicht? Das war zu viel Nachher in der Küche regeln Ach Mist, jetzt aktiviert er sich nicht Moment Alles regelbar Jetzt dürfte er sich aktivieren Perfekt Der darf nicht zu Die aber Hier muss Holzen Ähm Weil ich es nochmal weg muss Hier muss erstmal noch holzen Und Nee, Quatsch Hier kann jeder hin Und hier Hier der Holz hin muss Hier oben muss, glaub ich, noch Holz drauf Und Dort So, Tür zu Tür auf Wasser Marsch So Bad Nee, da muss noch Naja, da muss noch Naja, da muss noch Naja, da muss noch Naja, da muss noch Wenn die Tür nämlich zu ist Dann muss das Wasser auch raus Wenn die Tür offen ist Muss die Wasser Muss das Wasser ja auch wieder an Ach Mist Ähm Wo kommt denn der Entwärter am ehesten hin Geht das? Nee Das geht aber So So Jetzt mal hab ich hier gerade geflickelt Und ich seh hier noch genug So Und So Yo Warte mal Jetzt ist sie aktiviert Ich will sie ja nicht aktiviert haben Ähm So Jetzt Ach nee Mist So Das dürfte jetzt aber gehen Ja Perfekt Erfolgreich Inwertet So Runter Wieso Warum Ach man Ach man Ach so Deswegen Desistu 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 Äh, ja, Katze. Muss überlegen. Also, der Zweite aktiviert sich jetzt nicht, weil wegen darum. Würde ich jetzt das machen, dann sind auch wieder beide zu. Na ja, wie er den hier, kriegt der keinen Strom. Hm. Hm. Ich bin verwirrt. Moment. Hm, 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 hm. Nee. Das läuft auch nicht. Ähm. Also, der gibt dem Saft. Und dafür, dass, da heißt, dass der dem Saft gibt. Der gibt jetzt aber dem nicht mehr Saft, weil er jetzt rüber geht. Können wir... Ah, das gibt aber trotzdem keinen Saft. Na, na. Hm. Überlege, überlege. Ich hab ne Idee. So, man hat ja in der Dusche auch manchmal solche Ableger, also Ablagen. Und in diesen Ablagen findet sich komischerweise ein Hebel, der das Fassan macht. So, das heißt, der obere wird jetzt von einer anderen Leitung, äh, geführt. Das heißt, wir machen diese Leitung mal eben wieder offen, damit wir das ganze Redstone und so wiederholen. Und so weiter. Und so fort. So, der läuft jetzt wieder. Da hab ich keine Erde mehr. Türe zu. Läuft alles ins Klo. Oder welches wir immer noch in der Falltür haben. So, das ist der obere, der ist der untere. Nein, das ist natürlich falsch. Ich war gar nicht mal so witz... unwitzig. Ach nee, jetzt geht's ja nicht nach unten zu. Weißt du, und dann sitzt man hier so drauf. Ah. Dann ist man fertig, dann kann man runter... Ach nee. Wenn man so will. Weißt du, sind so diese beiden Klappen vom Klo. Nee, ich weiß auch nicht. Will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Bäh. Ich muss noch eine Leitung legen und so. Und so. Essen brauchen wir auch wieder. Oh Gott, oh Gott. Willst du mich verarschen? Oh, schon wieder. Ähm. So. Das reicht. Naja, wir haben es ja. Klotzen sollte man. Hm, hm, okay. Jetzt kommt die Leitung. Ähm. Immer nur ganz leicht draufhauen. Oh, reicht schon. Ähm. Da bist du. Ne, wir brauchen eigentlich nur Redstone. Ja. Ja. Ja.